So, ich wollte eigentlich das Ding noch größer machen, ne? Den hier. Oh, falsche Seite. Da können schon zwei Regen. Okay, das ist gut. Diebstahl wurde gemeldet. Was ist sonst noch so anwesend? 3.700 monatlicher Profit und ein Dieb wurde geschnappt. Alles klar. Äh. Lockbremsen. Reicht das um noch einen? Nee, das reicht nicht um noch einen Kran zu bauen. Jetzt? Äh. Warum geht das nicht? Ach, Quatsch. Ach, Zuganzahl ist das. Ja, das ist jetzt doof. Jetzt haben wir wieder Harbinger und... Ne. Okay, Harbinger ist vorher repariert worden. Trotzdem bringt das jetzt wieder richtig Einbußen. Mhm. 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 Ja, aber wieso funktioniert das nicht, so wie ich das haben will? Weil eigentlich ist es doch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blockbremsen. Das passt doch. Wenn ich jetzt hier nochmal draufgehe, geht's jetzt? Ne. Das funktioniert nicht so, wie ich das haben will. Das finde ich nicht gut. Aber dadurch müssen wir die Station noch ein bisschen länger machen. Weil ich will hier unbedingt 3 Wagen haben. Ja. Ja. Jetzt haben wir das. Oh, jetzt müssen wir wieder warten. Warte, ich kann ja schon mal gucken, wie es hier weitergehen könnte. Geht's da rein? Oh, da geht's rein. Oh mein Gott, da geht's rein. Oh, ich will wissen, wie weit's da rein geht. Das war's. Schade. Schade, schade, weil dann hätten wir hier nämlich eine Bahn bauen können. Aber wenn das nur so ein bisschen ist, dann klappt das nicht. Wir können leider nicht den Terrain bauen. Was ich blöd finde, weil vor allem hier wäre es natürlich schön, ne. So in den Berg rein. Das hätte schon was. Ich weiß nicht, was die Geschwindigkeit sind. Wie viel hat denn der? Das steht hier nicht. Hm, Mist. Ne, ich... So, jetzt mal. 14 kmh. Das heißt, den hier machen wir auf... Es gibt 12 kmh, aber es gibt keine 14. Okay, dann machen wir den Hand auf 15 kmh. So, was haben wir hier? Alles gut. Zack. So. Das werden niemals 7,0 Spaß, das, ne, never, huch, was habe ich verpasst, es werden viele Diebstähle gemeldet gerade, schau mal, die wächst, die wächst, ne, Spaß ist nur die Sonne, wir brauchen noch ein Dings, ne, ein Looping oder sowas Naja, das zählt nicht als Invasion wahrscheinlich, oder? Das hier schon Die Frage ist, ob der da durchkommt Naja, probieren können wir es ja mal Das hier schon Jawohl So Erstmal gucken, ob das überhaupt so geht Ja, das klappt So Jetzt müssen wir gucken Also die 7 Spaß haben wir leider nicht geknackt Schade Aber da können wir doch nochmal was machen Höchstens 4 Nervenkitzel, das passt Mindestens 1000 1058, also wir hätten nicht mal die 1500 geknackt, also insofern Alles gut Mindestdurchschnitt 40 Shit Weil sonst hätte alles gepasst Wie sieht es hier aus Da hängt es bei 5 Nervenkitzel, höchstens 3 Übelkeit, das passt ja, aber höchstens 750 passt nicht Das heißt, wir müssen das Ding irgendwie auf 40 kmh hochbringen Nur wie Wir können hier zum Beispiel das Ding hier noch Den Kettenlift ein bisschen schneller machen So Red Steel hat ein Problem Ja, ich habe ja auch gerade ein Problem Die Trim Breaks können wir auch auf 20 hoch Aber ich weiß nicht inwiefern das dann Kann nicht sein Dass das jetzt 6 kmh ausmacht Das macht sogar 8 kmh Also jetzt passt es, oder? Nein Nein Das kann nicht wahr sein Das kann nicht Oh Jetzt ist es nicht mehr höchstens 4 Nervenkitzel Boah, das ist doch blöd, Leute Das ist doch blöd Dann machen wir jetzt bei den Trim Breaks wieder ein bisschen weniger Okay, wir müssen die Es ist nur 0,09 zu wenig Oder zu viel besser gesagt Das heißt, wenn wir hier wieder auf 16 runtergehen Oh Mann, wird das ein Geduldspiel, ey So Da kommt er Mist Wir müssen hier Es hilft nichts Das heißt, wir müssen hier an den Kettenliften irgendwas ändern So, wenn der jetzt 17 kmh hat Jetzt passt es Oder? Komm schon Mindestens 6 Spaß haben wir Höchstens 4 Nervenkitzel haben wir Mindestens 1000 Meter haben wir Mindestens 40 kmh haben wir Das ist es So Und jetzt können wir das Ganze auch endlich genießen Indem wir selber mitfahren Yay Hier ist noch langweilig Gleich kommt der große Spaß Und jetzt kommt der Gläukkitzel spacecraft 1 2 3 9 9 10 Vielen Dank. Oh, da ist die Stange aber sehr nah dran. Da darfst du aber nicht den Kopf mal kurz ein bisschen höher rausstrecken. Ja, das ist doch perfekt. Währenddessen wurde ein Dieb noch geschnappt, alles super. So, Eingang, zack. Ausgang, Tag. Eingang mit Weg verbinden. Was denn da ist der Weg? Weg mit Weg verbinden. Was ist denn das für ein Weg überhaupt? So einer? Oh, das erste Mal getroffen. So, dann können wir auch hier Wir müssen das alles in den richtigen Farben halten. Mittlerweile sieht es auch finanziell ganz gut aus. Wir haben eine 22.000, da kann man sich dann schon mal leisten, dass man hier saniert. So, und den hier. Wieso ist das blockiert? Geht nicht. Warum geht das nicht? Ah, naja. Haben wir halt so einen blöden schwarzen Fleck da drin. Wurscht. So. Müssen wir mal ein bisschen Musik machen hier. Ja. 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 Ich weiß nicht, kan... Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.